Experience the most challenging race in the world, traveling with the most awarded airline of South America, Lahn. Die Ready Dakar ist die größte Ready der Welt und sollten daran noch Zweifel bestehen, werden die folgenden Zahlen diese wohl verwerfen. 2.500 Personen sind beim Dakar-Zirkus, der sogenannten Karawane, täglich mit dabei. 9.026 Kilometer werden nach dem Start in Buenos Aires von den 362 Teilnehmern in 15 Tagen zurückgelegt. 30.000 Personen sind mobilisiert, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. 20 Hubschrauber filmen das Geschehen jeden Tag. 1,5 Tonnen Lebensmittel werden jeden Tag verbraucht. 50 Ärzte arbeiten in einem riesigen, mobilen Feldlazarett. 48 Grad Celsius war dieses Jahr bei der Etappe nach Fiambala die Höchsttemperatur. 240 Journalisten kommentieren das Rennen jeden Tag. 1130 Stunden wird die Ready Dakar in 190 Länder übertragen. Die Zahlen beweisen es. Die Ready Dakar ist wirklich ein gigantisches Unternehmen. 25 Jahre bei der Rennen. 120 Sopanien werden gemelt. 11.000 до 7ierES działa Estados wie dieanno④ Kraft. shoeh torchio-thyramat necklace von hinterher du Hope. 1.000 Euro 올�achtほど bite ich ins compass Grandfather. Untertitelung des ZDF, 2020